Okay, ich muss was ausprobieren. Okay, wie rum? Ah, ich hasse sowas. Oh, das geht irgendwie nicht, oder was? Hallo? Oder kann? Sokka kann nix machen. Äh, schaffe sowas. Okay. Ja, geschafft. Okay, war doch nicht so schwer. Ich hab mich nur ein bisschen angestellt. Oh, viele Punkte. Oh nein. Renn. Ich hab es geschafft. Oh. Renn, renn. Ey, so dumm stell ich mich ja gar nicht an. Bam. Bam, 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 bam. Oh, hier kriegt man ordentlich Punkte. Oh, so wenig nur. Wenn man immer wieder das Falsche macht, ist kacke. Bam. Bams. Bams, Bams. Sokka, Bumerang, mach deine Beine fertig. Ey. Ich habe die Keule. Dann bist du platt. Swam. Bam. Ja. Geht. Bam, bam. Verpiss dich. Mann, 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 Mann. Noch mehr Gegner. Was geht denn hier ab? Wow. Ja, aber die Punkte sind hier hardcore. Mein Gott, ey. Hab ich mich angestellt. Okay. Bumerang. Doch so. Ah, Tatsache. Okay. Oh, und die Punkte. Hier kriegt man viele Punkte. Wuhu. Mann. Warum triffst du deine Gegner nicht? Oh, wenn man das Falsche macht, tut's weh. Naja, egal. Wuhu. So. Okay. Wir haben sie alle platt gemacht, ey. Ähm. Habe ich eine Möglichkeit. Nein. Ich muss die alle auf einmal. Bam. Das ist aber gar nicht so easy, ey. So. Warte, wie krieg ich die denn beide hin? Ich denke, hier sieht es so aus, dass ich... Ja. Ah, perfekt. Okay. Manchmal muss man auch umdenken. Ja. Bumerang. Zeige, was du kannst. Bumerang. Boah, wie soll ich das denn schaffen? Schaße, sowas. Mach mich glücklich, Bumerang. Mach mich glücklich, Bumerang. Ach, scheiß die Wand an. Mach mich glücklich, Bumerang. Ja. Oh, scheiß die Wand an. Ja, zweimal getroffen. Ist okay. Ähm. Controller. Mach mal so. Ah, wie ich das will. Oh Gott. Ey. Rennen. Ja. Das hätte ich auch mit Taktik machen können, aber. Wo? Wo ist denn hier noch einer? Ach so. Oh. Ich verstehe. Ja. Geschafft. Okay. Okay. Wie löse ich das hier? Es hat nicht so zu lösen. So. Vielleicht eher so. Ne. So. Ja. Perfekt. Geht doch. Uh. Geschafft. Ah. Wow. Rennen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir schlagen uns gut. Wir schlagen uns gut. Oh. Scheiß. Die Wante. Rennen. Rennen. Oh. Wir haben es geserbt. Da ist die Mauer. Jetzt ist es nur noch eine. Hä? Da ist die Mauer. Jetzt ist es nur noch ein sanfter Segelflug nach Basingsell. Geil. Uh. Und. C. Warum auch irgendwas anderes. Ab wie viel Punkten kriegt man B ab? 400? Bin ich mal gespannt. Naja. Ja. Das war's. Uh. Also. Ohm. Avatar. Avatar. Mitte. Ohm. Mitte. Und rechts. Avatar. Äh. Ang. In der Mitte ist dann. Links. Und in der Mitte ist. Ang. Und dann rechts. Socker. Und unten. Momo. Naja. Kann ich mir eh nicht merken. Das nächste Kapitel heißt. Nach Basingsee. Und das kommt beim nächsten Mal dran. Ich stelle jetzt nämlich die Videos hoch. Weil ich muss gleich eh wieder weg. Also. Ich hoffe das klappt alles. Wuh. Dann mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war DombiePL08. Mit Avatar. Die Erde brennt. See ya. Ja.